Musik 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 Joho Leute, was geht? Wir spielen heute Fußball zusammen mit Daitoysplay 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 Ist das jetzt gut? Die sind geläftet Was für Noob Die wollen gedildert Also, ich würde sagen, wir haben gewonnen Kurzsagt 1-2-2 gemacht Bist du bereit? Ja Ich habe erstmal 1-2 gemacht und die sind geläft Was soll ich dagegen machen, ne? Ich bin halt der Boss Oh, danke, dass du dich geschossen hast Ich habe mich jetzt nicht getroffen Oh, das war jetzt easy Ich stehe im Tor Ich bin Lukas Podolski Ich würde sagen, der will immer wieder 1-0 Guck mal Irgendwie ist deine auch ein bisschen scheiße Außer dieser einen Moment gerade noch keine Lachfläche Im Gegensatz zu meiner Aufnahme irgendwie Hoffentlich kommen die Lachfläche noch Nein Meine Aufnahmen sind unlustig Es kommt keine Lachfläche Das ist verboten auf meinem Kanal Easy Es steht in meinen Regeln Ich verboten Ich bin nämlich unlustig Hast du gesehen, wie ich den vorbeigeschossen habe? Warum habe ich schon 1-0? Ich habe den easy vorbeigeschossen Nein Wisst ihr, wisst ihr Ich sag euch jetzt nicht einfach, wieviel ich gerade gewonnen habe Nein, ich habe nicht gewonnen, aber auch nicht verloren Äh, genau Der übrigens 1. Link in der Beschreibung ist So, schön, Product Placement Was? Bist du ein Product? Product Placement Wieso bin ich immer rot? Ich meine Weil du in meiner Party bist? Weil du in meiner Party bist? Ich darf noch nicht auf Partys, hat man mal gesagt Aber mein, ich darf noch nicht auf Partys gehen Da könnte schlimme Sachen passieren Zum Beispiel, ich verschütten Zum Beispiel verschütten Ich könnte eine Cola verschütten Du hast ja diesen Team Rotblock, ne? Ich habe meinen von Team Blau gerade weggebracht Ich habe den einfach gerade auf die 1 gezogen Und dann sind die Schaufeln gespawnt Und das Ding ist einfach weg Vielleicht ist es ja in deinem E Vielleicht ist es Vielleicht ist es ja dann in deinem Inventar Nö, das Ding ist nicht in meinem Inventar Es ist komplett weg Auch nicht, wenn du E drückst? Nö Mann, wieso bin ich schlecht? Weil ich es wieder weg, man Easy, es ist wieder weg Übrigens, er kann diesen Spiel, muss es nicht spielen, er ist dumm Hä, das wissen die auch ohne, dass ich diesen Spielmodus nicht spielen kann Und du hast gewonnen Ja, easy Herzlichen, äh, ich geh Ich geh wieder weinen, ne? Ja, ja, ciao Wir spielen noch eine Runde, bis gleich So Leute, da sind wir wieder Und mit der nächsten Runde Diesmal 2 gegen 2 Oh, es geht schon los Wir sind wieder rot Wir sind rot Nicht mehr, ich bin nämlich jetzt Lukas Podolski Easy Warte, wenn jetzt gleich 1-0 steht Ich bin Herbert Grönemeyer Hilfst du mir mal? Der andere ist AFK, Mann Oh, ich bin jetzt Nein, jetzt läuft er Die laufen hier hinterher und ich renne ins Tor Weil ich bin Oliver Kahn Das fand ich 2 gegen 1 kann, ne? Ich werde immer langsamer, Mann Pass, nach hinten! Da ist bestimmt das Tor Easy Oh, Tor! Uh! 1-0, würde ich mal sagen Bleibst du im Tor oder ich? Ich, okay Du Hau wieder raus! Du hast dich getroffen! Ich bin zu dumm, um den Ball, beziehungsweise das Hühnchen zu treffen Ich will auch mal schlagen Oh, du sollst dir nicht hitten, du sollst dir das gleich hitten Jetzt hau raus, hau raus! Hier, bitte! Habe ich nicht bekommen, aber egal Hä? Ich hab's wirklich nicht getroffen! Ich hab's geschlagen, nur das Hühnchen ist weg Jetzt wartest du, bis ich sei geschlagen, ja? Okay Schlag! Wie warst du geschlagen? Ich wollte schlagen! Ja, egal was Egal! Es hat geholfen, ne? Applaus, Applaus! Die machen den gleichen Plan Oh, die passen sich! Nee, die sind immer nur dumm Ich deck ihn! Easy! Oh, scheiße, hab ich nicht getroffen! Ich stehe im Tor! Du hältst eh nix! Ah, da ist das Hühnchen! Hau raus! Wo ist das denn? Ah, da! Hey, ich hab das geklärt, denn ich bin, äh, Lukas Podolski Wir sind beide geklärt, dann Jetzt hau raus! Ey, die belagert uns! Belagern? Gibt's das auch beim Fußball? Ja, klar gibt's das beim Fußball Wir kommen einfach nicht aus unserer Hälfte raus! Na, eigentlich heißt das ja nicht Fußball Sondern Fußhühnchen Das heißt Hühnchen mal! Chickenball! Chickenball! Sie sind toll und überall Das sind die Chickenballs! Oh! Chickenballs! Hüpfen hier und da und überall Die sind immer da, wenn du sie brauchst Das sind die Chickenballs! Das sind die Chickenballs! Habt ihr's erkannt? Weil ich von woher ich das hab? Dann schreibt in die Kommentare Ja! Ist das denn immer nicht peinlich oder sonst dass ich die 2 wie 1 mache? Nein, ich bin Lukas Podolski Ja, das müsste denn doch schon peinlich sein, oder? Nein! Mir ist nichts mehr peinlich Der Turn Turnaround, turnaround Oh, ich bin heute irgendwie im Singfieber Jürgen, ich bin grad im Ich seh die 2 wie 1 Fieber Flanke! Wie geil, weil ich aus der Hälfte rauskomme nur gegen mich Oh, ich schnell zurück Sind sie am Ball? Ja! Rennen! Einfach rennen! Leute, ihr Ball ist schon nicht getroffen und die Drehung ran! Flanke nach hinten! Er kommt, er kommt, er kommt! Okay, das Tünchen fangst du Warum, 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 schnell? Nein, der muss noch einmal schlagen! Wo ist es denn? Auf der Linie! Was? Okay, 3 gegen 3 Du schlägst jetzt nicht, du gehst ins Tor, ja? Okay, tschüss! Er mag mich Und dann den Kronroft zieht und Leute, habt ihr noch gehört? Oh, ich höre durch! Er mag mich nicht Ich muss mich jetzt hier im Tor verkriechen Ne, ich geh jetzt hier ins Tor und bein in Oh, wir haben gewonnen! Oh, ne, doch nicht! Nee, aber ich hab sie defitscht 2 v 1 Oh, nein! Ich hab aus Versehen in allen gepasst! Nein! Ich hab das auch nicht geschossen! Weißt du, Noah? Ich hab Mike da gemacht! Du bist schon behindert, oder? Schlag, Schlag, Schlag! Das war ein toller Pass! Wo ist es denn? Mach gewinn! Nein! Das wird hier getroffen! Komm, wir gewinnen! Komm, mach nen Pass nach hinten! Dann mach ich nen richtig Geht nicht! Geht nicht! Jetzt hör raus! Wo ist es? Hühnchen weg! Nein! Wir sind Loser! Loser! Und dazu stehen wir! Okay, Leute! Das ist richtig spannend! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Nein! Hat dich dir gefallen? Ja! Ich wusste doch das magische Wort sagen! Was denn? Das, was wir gerade auch bei mir gesagt haben am Ende! Hühnchen? Nein! Was denn? Nathe? Gege? Oh man, jetzt antwortet mir nicht! Auf jeden Fall! Das ist geschrieben, Mann! Ja, dann ist Skype aber in der Aufnahme! Ja, ich... Ja, ich... Egal! Guck einfach! Nee, kann ich jetzt nicht! Sag einfach! Ich habe geschrieben Beschreibung! Du wolltest doch deine Musik jetzt verlinken! Ja! Musik ist unten in der Beschreibung! Ähm... Noah ist auch unten! Erster Link in der Beschreibung! Ich hab's geschafft! Schwitter und alles ist auch unten! Lasst einen Daumen nach oben da, wenn's euch gefallen hat! Und Noah hat die letzten Wort! Ciao! ...